Deutsch lernen durch Hören Charlotte als Architektin Charlottes Arbeitstag beginnt mit einem Meeting. Sie und ihre Arbeitskollegen besprechen die Projekte, die sie zurzeit bearbeiten müssen. Sie teilen die Aufgaben untereinander auf. Danach setzt Charlotte sich an ihren Schreibtisch, auf dem viele Zettel herumliegen. Es sind verschiedene Skizzen von Gebäuden. Manche davon werden bald verworfen und andere weiter bearbeitet. Sie fertigt noch zwei weitere Zeichnungen an. Charlotte ist definitiv nicht mit einem Talent fürs Zeichnen auf die Welt gekommen. Während des Studiums hat sie oft mehrere Stunden am Tag damit verbracht, ihre Zeichenkünste zu verbessern. Zum Glück war sie schon immer kreativ und hat ein Auge für Ästhetik. Und obwohl sie sich an die Vorgaben ihrer Kunden halten muss, erfordert Architektur viel Kreativität. Auch Mathematik und Physik sind wichtige Bestandteile ihres Berufs. Sie muss wissen, ob es möglich ist, ein Gebäude auf eine bestimmte Art und Weise zu bauen. Denn das Wichtigste in ihrem Job ist es, auf Sicherheit und Stabilität zu achten. Am Nachmittag hat sie ein erstes Gespräch mit einem Kunden, um ihn zu beraten. Sie hört sich seine Wünsche und Vorstellungen an und überlegt, wie und ob diese Wünsche realisiert werden können. Sie tauschen sich für eine Stunde aus und Charlotte notiert sich alles. Kundenkontakt ist wichtig und muss während des ganzen Projekts gepflegt werden. Sonst kann es zu Missverständnissen und einem unzufriedenen Kunden kommen. Nach der Beratung muss sie auf eine Baustelle, um den Fortschritt zu überprüfen. Sie geht sicher, dass alles nach Plan läuft und keine Fehler gemacht werden. Danach geht sie wieder ins Büro, wo sie weitere Pläne anfertigt. Nach einem langen Tag kann Charlotte endlich nach Hause.